Ich habe das Kind gern Lego gespielt und das mache ich auch jetzt noch gern. Ich schiebe mir meine Kinder vor und kann mir Lego Sachen kaufen. Ich arbeite seit zehn Jahren bei MONDI in Kaua-Neuburg und bin dort Skikoordinator. Das Gutes an meinem Job ist, dass ich mit den Leuten arbeiten kann. Dass ich sie führen kann oder schulen kann, dass sie wirklich sicher nach Hause kommen. Das ist ein persönlicher Aspekt. Der normale Arbeitstag beginnt eigentlich mit dem Rundgang in der Fabrik, um einfach das Feeling für die Leute zu bekommen, zu wissen, was für Wünsche sie haben oder wie es ihnen geht. Was kann ich für sie tun? Ein Vertrauen aufzubauen und dann einfach an den Projekten arbeiten. Ich habe das Kind gern Lego gespielt und das mache ich auch jetzt noch gern. Ich schiebe mir meine Kinder vor und kann mir Lego Sachen kaufen. Im Endeffekt baue ich sie dann zusammen. Bis jetzt, ganz ehrlich, der MONDI Diamond Award. Einfach das, was man macht mit den Leuten gemeinsam, dass das einfach auch gesehen wird und dass man es auch präsentieren kann in der MONDI-Welt. Das war's für heute. Ich weiß nicht, wie ich das кил謙t habe. Ja, das war's für heute. Vielen Dank.